Okay, hab ich ja auch jetzt vor ein paar Minuten geschrieben. Achso. Achso. Wir haben 60 Pokedollar bekommen, Leute. Oh! Ja, kommt her. Kommt her, meine lieben Leute. Oh ja, ich muss noch hell da was starten. Habe ich natürlich alles schon vorgestartet zu... Aber natürlich. Aber natürlich. Schnell. Aber natürlich. Ich hab's eigentlich schon mal gestartet, aber warum gestallt du's nicht? Ich hab eigentlich draufgeklickt. Hm. Okay. Ich kann irgendwie nicht joinen. Ah, jetzt ja. Noch mal hallo, Leute. Schön, dass ihr da seid. I'm sorry, dass ich grade so abwesend war, aber die Idee kam uns grade im Starting-Bildschirm und ihr kennt das. Wenn man die Idee hat, muss man sie einfach testen. Man muss einfach da durch. Guten Tag, Mr. Law Breaker. Aktiviere all types. Sieht tatsächlich aus wie so ne kleine Figur aus Toy Story oder so. Ich weiß nicht. Ist eher so ein Plastik-Nicht-Metall was du anhast, weißt du? Da fehlt einfach das Blut drauf. Nee, ich hab's nur auf den Fehler, den ihr hattet. Das kriegen wir nachher rein. Was für'n Fehler? Was für'n Fehler? Was? Ja, Tim hat auch gemeint, der hatte den... Das schließt bei mir direkt wieder. Das Spiel? Ja. Oh nein. Ah, jetzt. Warte. Beim dritten Mal funktioniert's. Okay. Also alles gut jetzt? Ich glaube schon. Okay. Sobald ich irgendeinen Sound höre. Warte. Oh, ich glaube, ich mach jetzt einfach Just-Chatting hier. Die ganze Zeit. Hahaha. Okay. Ich mag... Ich mag die Schafe sehen. Es ist wirklich schön, oder? Ja, richtig. Gefällt mir. Dankeschön. Chefchen, hopp, hopp, sonst fällt der Arm ab. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist einfach das lahmste Schaf der Welt. Das rödel Schaf. Schafe sind nicht schnell. Das... Schafe können richtig schnell springen. Und die sind laut. Laut und tief. Die können so tief mähen. Das ist heftig. Au. Ey, die schreien dir die Ohren zusammen. Das ist heftig, ey. Ich stand mal neben einem... Neben einem Schaf. Ich dachte, mir fallen die Ohren ab. Wirklich so... Richtig laut. Richtig laut. Richtig tief. Gruselig. Ja. So, ich muss das Spiel noch ändern. Äh... Äh... Da, was ist... Weil... Okay. Ich mach mal meine Faust. Für die Demokratie. Ich stell sie mal auf meiner Tasse ab. Muff, alle Fälle. Das sieht man im Stream gar nicht. Geil. Alter, was hab ich hier von Knochen? What the fuck? Alter, ich hab aber voll die eklige Hand. Schau ich das mal an. Äh, 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 äh. Wann sind meine Knochen? Schaut mal hier. Äh, 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 äh. Okay. Dankeschön. Hä? Wie stehst du denn da? Ich hatte die ganze Wieso hast du einen anderen Stillsteh-Dings als ich, Markus? Unfair, wo ist deine Frau? Ich hab mich gerade freigeschaltet mit den kostenlosen Sachen, die ich bekommen hab hier Alter, wo ist dein Ärmchen? Hinter meinem Rücken Ja, nee, aber wir machen das mit so Wie krumm stehst du da überhaupt? Ich jetzt? Gerade? Der wer? Der Marco Der Marco, ja Der ist schon sehr krumm, ja Der ist schon sehr schräg drauf, ne Okay, warte, wir haben gestern Stimmt, wir müssen noch eine machen, ne Wir haben eine nicht abgeschlossen, glaube ich, oder? Ja, ja Diese 40 Minuten-Dings Da, Flugbasis sabotieren Sabotiere die Flugmöglichkeiten der Roboter und der Region Ja, dann Ich guck mal die Werbung an Die Werbung? Das ist eine Werbung Äh, ich hab das Video und wer das links Mein Posit ist doof, habe ich umgepustet Haha, okay Du musst jetzt leider los Daily fertig, ne Ich hab keine Ahnung, was die Daily ist tatsächlich Vier Titanen Titanen? Ja, von den Bugs Achso, also wir müssen Käfer eigentlich machen Wollen wir auch nochmal machen Okay Guck ich mal Müssen ja Sachen töten, ne Also ich hatte ja gestern hier meine MG-Geschützstellung Des Todes Tag, ne Aber Ich weiß nicht Kam nicht so gut an Ich glaube, ich mach heute was anderes Oh, ich hab jetzt was Neues übrigens Hier, schaut mal Ich hab das da jetzt Hab mir von den 60 Punkten geholt Schaut mal Ich bin jetzt extra schnell Oh Extra Drehzahlen hab ich Ja Scanning, okay Ja Also Tim, du kannst jetzt auch da sowas reinmachen, ne Ach, du hast das Herz Soll ich das da reintun? Einfach das, was ihr Ja Man kann nicht sehen, was du hast Das Grüne Das Grüne Es gibt noch ein Problem, das Achso, ähm Ja, können wir mal probieren Weiß ich nicht Ich hab dann kein Tour Achso, da hab ich drei Hab ein Problem Ja, okay Okay Ähm Also meine lieben Leute, ne Ihr habt ja alle hoffentlich das Musikvideo gesehen Und ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen, ne Ähm Ich sitze schon quasi am nächsten mit den Ideen Also Rückt mir die Daumen, dass das gut wird Das ist dann wieder etwas Wunderschönes für euch Und ich hoffe, euch gefällt's Aber bis dahin Bin ich leider noch ziemlich viel am Arbeiten Was es dann geht Aber ich mach das Ich mach das Werde ich auch diesmal versuchen Bei Fetchern wieder eher hochzuladen Weil ich hab das jetzt bitte nicht geschafft Aber mit dem nächsten auf jeden Fall Umraschung Bis zum nächsten Mal Du, 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 du Und wir gucken schon Reminder Okay Oh, und ich sitze auch gleichzeitig an einem neuen Lied Aber ist noch nicht fertig Boah, das ist, das ist ne Scheiß Also da komm ich nicht so gut voran diesmal Das erste Mal seit superlanger Zeit Das ist das nicht so flupp Oh, wir sind mittendrin Ich hab mich auf irgendwas gelandet Das ist ein Panzer Ja, du? Da sind wir auf dem Panzer gelandet Okay Okay Oh, wir sind wirklich Mach mal hier den Schildgenerator Ich hoffe, ob das cool ist Okay Oh, oh Alter Ich bin tot Oh, ich bin Vom Einschlag Hä? Alter, hat jemand von euch hier was Rotes hingeworfen Oder was war das? Nee Aber was ist denn mit dein Einschlag sonst? Essenzielle Taktikausrüstung verfügbar Essenzielle Taktikausrüstung verfügbar Oh, das ist nicht gut Irgendwo liegt auch jetzt meine Waffe tatsächlich Hier, oder? Ja, wo bin ich gestorben? Hier Okay Alter, Alter, bitte was? Okay Leute, Fokus hier Der bündete Zerstörer hat das Schwader verlassen Hä? Irgendeiner Hä? Ja, Marco hat doch gesagt, dass du bist Hab ich nicht gehört Ja Okay Au Ey, irgendein Luftschlag war hier, ne? Wo ist meine Ah, hier ist noch Wenn du den Schild machst Ja Wir müssen alle anderen gucken, dass ihr keine Dropbox auf dem Schild haut Okay Und der macht mir auch verfügbar Ja Achso, okay Wir müssen verstärken, nicht im Schild What? Keine Sachen im Schild rufen Alter Verstärkung verfügbar Ja, ja Okay Alter Ich muss mal eben Alter Alter, wo sind wir hier gelandet? Ja, ja Du hast mitten rein geflitscht Nee, mehr daneben habe ich Doch Da schützt mich rein Okay Da wo jemand ist von euch Bitte Verstärkung rufen Tim, 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 Tim Verstärkung rufen Ich brauche Sprintes Ich muss mal eben durch die Gegend fliegen Ja Nice Okay, wir kommen In der Ausrüstung Okay Okay Okay, Tim ist da nicht gemütet Hä? War ich in der Falle? Ja, hast du Dann warst du wohl Okay Ich dachte, du spielst das einfach so Ruhig rutscher Ich bin durch in mein Geschirr Ähm, nee, nee Ich bin durch in mein Geschirr Ich bin im Stress Erzähl dich Okay Im Stress? Stress, du bist Okay So, alles wird jetzt gut Alles wird gut, Leute Ich habe jetzt wieder ein Schild gemacht Ja Dankeschön für das Schild Okay Okay Nix, nix hier Okay Was denn? Egal Nichts hier in das Schild reinholen Achso, oh, Entschuldigung Ich dachte nur Hellpots Das habe ich falsch verstanden Naja, die kommen alle in einem Hellpot Die Sachen Ja, okay, tut mir leid Das habe ich nicht gereilt Tut mir leid Das ist my bad Aber das kommt ja trotzdem an Ja, my bad Ich habe mich Ich habe sofort kaputt Ja, okay 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 Also ich habe leider keinen Keine Waffen Ich renne mal super schnell zu den Waffen Aber ich glaube, der ist tatsächlich einfach freitlich ausgerammt gerade Ja, okay 30 Sekunden habe ich das Ding, das ist ja gar nicht cool eigentlich Alter Alter Ich habe halt keine Waffen, um irgendwas zu tun Ja, ich weiß nicht, wo meine Reddit an ist Ja, die ist irgendwo dahinten Oh, Alter Ich bin da irgendwie hinbewegt Jetzt hat alles im Camp da Achso, wir sind direkt bei einer Drohnenfabrik Ja Ja Achso Ich suche gerade meine Waffe Krass zu sein Du darfst nicht den Zaubernturm Okay Da ist schon wieder dieser Bug da Bug? Ey, ja, dieser Ne, ne, ne Dieser Das ist Dieser S-Bug Fragezeichen ist das meistens Ja Kann sein Da Okay Ich habe meine Sachen wieder eingesammelt Da Wir benötigen ein Geschicht Wien sind hier Okay Uhuhuhu Ich komme zu euch Ja, hi Hi, alles okay, Leute Alles okay Können wir uns nochmal in die Richtung hier bewegen? Ey, weißt du, ich komme hier rein Ich habe gerade mein kleines Zitröntchen getrunken Gerade noch eingekuschelt in der Decke Und dann geht hier einfach alles den Bach um Und ich so, what the fuck What the fuck Ja Aber Wir sind krass Wir wollten es krass Wir machen das Wir benötigen ein Geschicht So Also Ich bin bereit Erstmal reinkommen Für die Demokratie Ja, hier liegen ganz viele Sachen, ne Ich glaube, hier ist auch das Maschinengewehr in der Nähe gewesen Wenn du es noch nicht eingesammelt hast Ich habe hier eine schweres Ja, okay, das ist aber so Wie ich das mitgenommen Ist so hinter mir war das gerade Oh, falsche Waffe Okay Ja Das wollte ich gar nicht Naja Ich dachte eigentlich, dass Ach, das ist ein Sauron, ja Auge des Saurons Ja 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 Wie kann man das nochmal kaputt machen? Äh, hingehen und es kaputt machen Wow Dankeschön Dankeschön, Marco Dankeschön Eine Minute Mit einem unglaublich tollen Tipp Vor allem war du noch einmal Tim, ne Ich werde dir das so reindrücken Mit Begeisterung Für die Demokratie Ohhhh Alter, ich denke mir nix dabei Auf einmal landet ein Panzer neben mir Ahhhh Gefährlich Mach den kaputt Ich hätte sonst auch noch hier einen Ah, klar Vielleicht trifft der Wenn der bis mehr kommt Ich glaube die 500 Kilo Bomben waren schon ziemlich effektiv Ja Hat wohl auch geholfen Den Panzer, den Panzer, Leute Ja, ich schmeiß da gerade Kanaten hin Ja Okay Kaputt, ne Ja Okay Ja Ja bitte geschön Mach dir das da oben Na Komme Ist kaputt Leute, habt ihr gut gemacht Das habt ihr gut gemacht Ist kaputt Ich hab uns vielleicht ein bisschen zu nah reingeschossen Bisschen Möchte ich mal so Irgendwas ist dir aber noch, ne Doch, passt schon Zum Glück wollte es nur ein bisschen War nur ein bisschen Ey, ihr wolltet's hart wie ihr Wie kriegt... Hallo? Wollt ihr das? Nee Ja Nee Ja Kommt drauf an Was? Uh, ich seh einen Bunker Ja, ich seh eine Probe Hab ich Ja, Bunker mit Luke Okay Auf jeden Fall vermisse ich jetzt gerade meine MG-Stellung Hast du die nicht dabei? Nein Was? Ja Ja, ich war so gestern in MG-Stellung Jetzt bin ich schon wieder Raketenturm Also die gestern So gut platziert hast du da Ich fand die sehr gut platziert Hier unten ist was cooles, ne? Ja, die war immer gut Ja Weepi, 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 weepi Nochmal Weepi, 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 weepi Ne, geht auch Ist der auf die Kappe? Ja Ups Ja Ups Blockrails Was? Ey, ich hör gerade die Musik Nicht freundlich klingen Wir benötigen ein Geschütz Ähm, glaub ganz ahn Der Schütz unterwegs Der Bindige Schütz Okay Wenn ihr auch ein Anti-Materie-Gewehr braucht, sagt Bescheid, ne? No Ich hab meinen Kappums weg Oh, in eine andere Waffe Mal probieren Was macht die denn? Ah, schön Der zurück Markiere Position, nord-östlich Was ist die Stahlwart-Feine-Waffe? Kann der also 120 einmachen? Die Stahlwart ist ein MG Leichtes Wir benötigen ein Geschütz Leichtes MG Ey, Leute Wir haben leider das Problem, äh, Flair Flair aus Osten Ja Kevin, kannst du deinen Ding gerade hier machen oder so? Ja Landungsschiffe Versuche zu helfen Mach! 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 Munition alle! Ganz alle Wie geht's mit deinem harten Freiheit! Okay Ist schlecht Ich hab, äh, keine Muni mehr, Leute Ich hab, äh, keine Muni mehr, Leute Klasse, ich hab bei den Sci-Fi Games Der, der Sound von Geschossen gegen einen Schild find ich mal richtig Ja Ja, bitte Kannst du einen Muni holen? Den weißt du dir sicher Kannst du einen Muni holen? Ich hab keine Muni mehr Dankeschön Aber nicht vergessen, ne Bitte nicht, äh, in diesen Schild-Generator Schmeißen Ja, aber der ist schon, äh, abgelaufen Ja, der ist jetzt auch weg Ist in 37 Sekunden aber wieder da Also das ist echt doch cool Ja, wir haben ja mit dem letzten Update, äh, fast dreimal so groß gemacht Ich glaub, der ist ein bisschen zu groß, weil der jetzt ziemlich viel, äh, feuer frisst dann Aber wir schauen Ich fand ihn wunderschön Ich weiß nicht, was du hast Wenn man das auf dem Spiel spielt, ich möchte noch nicht darüber auch an Mein in D-Block haben wir auch auf größte gespielt Ist schon Ja, aber der hat uns nicht, äh, beeinträchtigt Ja, mach den Ich mag den bisher Ja Seltene Probe, seltene Probe Seltene Probe gesammelt Das war richtig knapp Hm 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 Also das meinte ich gar nicht Achso Ich hätte fast Kevin abgeschossen, weil der, äh, der war auf dieser NG-Stellung Ich auch Und ich dachte, das wär ein Roboter Ich dachte, das wär ein Roboter Ach, hallo? Ja, aber ich hab ja aufgehört tatsächlich Ich konnte ja, äh, aufhören zu schießen Du bist kein Psycho, wenn du aufhören kannst zu schießen Ja, was macht denn der, dieses Raumschiff eigentlich? Richtiger für mich Kann man mit dem Geschütz Kann man mit der Antenne mit dem, äh, okay, Fluff abschießen? Antenne? Ich würde das einfach nur so ein Gebäude, das, also du kannst draufschießen, ja, aber Oh, ich bin heiß da Wo kann ich das sehen, als ich heiß laufe? Ähm, das fängt an zu zischen und irgendwann kommt da an den Seiten so Dampf raus Ah, okay Und der irgendwann explodiert Peng, peng, peng Okay Weicht das? Bestimmt, ne? Oh, da kommen Panzer Oh Oh Ja Tim, du bist da mitten drin, ne? Mhm Okay Schmeiß mal was nach vorne, Marco, komm mal zurück Ah, ja, das ist gut Oh, wir müssen alle ein Stück Müsst du gehen, oder? Ja, das geht schon Bitte, ich hör dich nicht, die Explosionen sind zu laut Was? Was? Ich sehe nix, es ist zu laut Ja Ah? Wir haben da alles kaputt Wir können eigentlich zum nächsten Objekt auf Wir benötigen ein Geschütz Ja Haben wir die Optionale abgehakt? Ja Ich hab die Hauptquests sogar Ah Also Teile Gut, gut, gut Wie geil Schmuni schmuni Und ihr wart so Nein, das ist zu close Lalalala Und wir so Pam, 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 pam Ähm Und die Gegner so Äh, 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 äh Äh Wo ist er denn? Ja, ich hab nur deinen Namen fliegen sehen Hä, wo ist er denn? Ich lebe noch Ach so, ja Ich hab auch keinen Schaden bekommen Aber ich bin... Ja Tim stand mal wieder zu nah an dem Drop Ah Ah Ich wollte gucken wie nah man da stehen kann Ohne zu sterben Mit der Geschütz Das war sehr nah Und ich bin einfach hundert Meter weit weg geflogen Hab keinen Schaden zu kommen Wir benötigen ein Geschütz Okay Das war glaube ich Wie heißt, wie geht dieser Sprung nochmal? Das Glück ist mit dem bitte was? Äh Mit den Klugen Bauern... Bauernschleue nennt sich das Bauernschleue Ja Das wird bauernschleue Guck mal, wenn ihr jetzt Tab drückt, äh, dann gibt es einen neuen... Sehen wir jetzt ganz weit weg, wo überall die Gegner sind Ah Ja, Leute Also dieser Puls ist jetzt nicht nur in, äh, Dingens... Oh Nicht nur in Dingens bin ich euer Auge Wo? In Hand Ich hab jetzt ein anderes Machst du das Auge? Ja, da bin ich doch immer der Käfer Achso Ja Ich mach mal, ob er uns wieder hier nen Schild hin Ja Dann kommen wir von dir aus Dankeschön Weiß ich auch noch nicht Ja Ja Okay Ah ja Bereit Hey Leute Ist so, ist so, ist so Lala, hatte ich dich schon gefragt, wie du die, äh, die Version verwandt findest? Oh my god Alter, was passiert hier? Lohnt's? Gott nur Nimm das! Ah ja Und dann unternehmen Gerade da Ist kaputt Aber wir können schon von nem Schild aufs Rausch nicht tun, oder? Ja Ja klar Ja Lager 10 leer Äh, Schild ist weg Auf Einen drauf Hast du noch welche? Ich glaube, ich bereue, dass ich die EMG-Stellung jetzt nicht dabei hab Ich war schon ziemlich gut gestern dabei Und die aufstellen und dann darauf nen Schild Schild und dann ist es einfach die EMG Ja Ja Nächste Mal Ja, wir haben noch 17 Sekunden Komischer Radar-Turm, ja, ey Müssen wir doch wieder überladen, oder? Das war doch dieses Überlade-Ding Ich weiß nicht, ja Ich höre halt die ganze Zeit Roboter von überall her, aber immer wenn ich gucke, ist da keiner Wo kommen die Stimmen her? Entschuldigung Du hast dein Kopf grad ein bisschen nach rechts geneigt, sondern Hab ich ja leider drum getroffen Entschuldigung Vielleicht hab ich auch versucht im vollen Lauf zu schießen Wir haben hier wieder eine SSD, ja Okay Ich verstehe, wenn wir eine SSD haben Oh, ich würd gern das Raumschiff hier klauen Gehen Hm, ne, ich hoffe ich hab HDDs dann nicht zu kriegen Kommt irgendwo irgendwas an? Ja, hier Ja Gucke grade, was ist hier noch Ne, auch von den Gegnern Achso Kannst ja auch auf dem Trainer sehen jetzt Ah, ja Im Westen ist irgendwas Großes Großes? Ja, oder ziemlich mittleres Es gibt irgendwie nur zwei Größen auf der Karte Klein und groß Ich seh was Goldenes auf jeden Fall Achso, äh, 10 Sekunden weg Ohhhh Ohhhh Das ist alles explodiert Wheelie I swear to God Alter Was zur Hölle Was zur Hölle Ich bin runtergesprungen Ja Oh, die Realm Museum kann ich mir den Dauerschleifer angucken Oh sweet Okay, ich geb alles Wenn ihr Hab ich doch schon Für die Realm Museum mit so einem eigenen Smiles-Compteen Achso, oh, das hab ich noch gar nicht gesehen tatsächlich Oh, das mich erinnert Das wird mir nicht immer Also ich krieg keine Notification oder so Könnt ihr mal zu mir kommen? Ja Ja Vielleicht gleich Oh, da ist eine kaputte Morde Schwerbost Sorry Okay, ich mach dann was hinter uns Ja Wir müssen hier weg Uff Oh Das geht ja ganz schön Boah, ich weiß Hallo Ich hab uns beschleunigt Aber du hast hier ein schärfes Kuchen Oh nein, die haben, äh Wieder Sachen berufen Ja, hab ich auf irgendeinen Oh je Okay Ja, das können wir auch Ich bin genau in meinem Spiel Luftschlägen gelandet Ja Okay, ich bin bereit Oh, sehr schön Aber ich bleib angucken Sweet Ich hab mich ja auch zurückgestupst werde Okay Okay Was? Hier ist Moni? Ja Ja Warte, nachladen Das ist so gut Also mit diesen Laserwaffen Da musst du nie nachladen Ja, also ich muss halt so kühlen ab und zu, ne? Ja Ja, wenn du zu lange schießt, dann musst du nur nachladen Gibt's auch so eine Laserred Tanks? Weil ich hab da die Laser Ja, hab ich Wie heißt die? Das ist ne Laser Ja Ja, okay Und wie heißt die? Äh, die Sichel Die Sichel Ja Ich weiß nicht auf welcher Seite die ist, wenn man nachher mal rum Okay Ich find die macht die Brotze sehr gut weg Aha Schau mal Hab ich kaputt gehauen Du, 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 du Äh, du fliegst bei mir Echt? Bei mir ist hier ein Roboter Ach so Bei mir läufst du auch über die Luft, also so Echt? Ich seh ich einen Roboter nicht? Ja Ne Bei mir lauft die halt durch Oh Das ist noch ein Ich wollt wieder ein Nest sagen Bei einer Fabrik Schieß drauf Ein Nest, ja Das ist das, was wir haben Naja, kann man ja umgangssprachlich so nennen, oder? Ja Wir benötigen ein Geschütz Ja doch Man lässt Ich bin heute großzügig Ihr dürft das nennen, wie ihr wollt Oh Was ist mit dir los? Weiß ich auch nicht Ich bin heute mal gut drauf Aber ist im Zweifel Cool Spaß Cool Das freut mich Das freut mich Komm, komm 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 Mach mit Schluss das Bischöp 2, 1 2, 1 Auchi Daisy Hey Achtung Achtung Hier ist noch ein Höhenbomber Also ich Ja und Richtung Norden ist nix bummslos gegangen Ja voll ja Da müssen wir ein bisschen Abstand noch halten Noch 20 Winschopper auf die Mission Ich geh mal hier, oh leu, ich bin auf nen Kaktus draufgeklettert, aua, alcha. Bewegt man sich so langsam? Ne, hier, ist einfach ein Kaktus und guck mal, ich steh da jetzt drauf. Da, hübsch. Ach das Ding, ja, aber man bewegt sich super langsam. Oh tatsächlich, ja. Also sobald man da dran hängt, ist man sehr lang. Ah leu, ja. Ja. Magazin leer! Die Freiheit! Kommt da, gezeichnet die Hölle! Vorsicht, jemand stimmt zurück. Wer ist? Ich? Ich? Ja, ich hab das zu uns geworfen. Boah, das ist ja witzig hier. Auf erhöhter Position. Bringt dann nur weniger, oder? Das nicht. Weil das ja nach unten hinten, wenn das ne Kugel ist. Ne, oben. Ja, ich weiß, das ist mal eins. Das reicht. Aber... Da muss es ja unten weniger sein. Also man kann halt von oben, wenn ich Kugel schüssen muss. Okay. Achso, hier ist fertig. Der Kugel ist alles demoliert. 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 Finde ich gut. Können noch die Nudes einsammeln. Ein paar von denen drehen sich noch. Mal draufhauen. Demoliert. Boah, ich hab so Angst, dass jemals auf die Hölber mit drauf fliegt. Wir sind Demolition Lands. Wir können ja das Ding... Wir können ja die irgendwann kaputt hauen. Ja, ich werd die mal von hier aus entschärfen. Es fliegt den Enten nach oben. Ah, das Ding? Ah, ne, die. Okay. Okay, die brauchen ein bisschen, bis die ganze hoch geht. Verstehe. Ja, ja, ja. Was müssen wir hier machen? Ich hör die fiesen halt, aber ich seh sie nicht. Ich fang dich. Ich fang dich. Oh ja, warte. Au. Oh. Bein gebrochen. Au. Au. Er hat mich gar nicht gefangen. Oh, jetzt fahr ich erstmal... Also ich bin hier unten eigentlich, wenn ich hier eine Granate reinschmeiße. Warte. Kann ich durchstehen. Pfff. Cool. Das explodiert das anscheinend. Also meine Vermutung ist Zerstörung, aber ich weiß es nicht genau. Wollte ich noch sagen. Ja. Ähm. Das ist noch ein kleines... Fabriktnest. Ja. Wer blutet aus? Ich mach mal gar nichts aus. Niemand. Okay. Okay. Ich höre halt die ganze Zeit, die Robots, aber ich seh sie nicht. Ich krieg richtig Gänsehaut davon. Und EP gibt das Ding. Habaa... Schlag. Ja bitte! Geht es gut! Da hast du proben! Guckt euch übrigens mal an, was die hier machen! Geht mich, muss das Graam-Schiff abschicken. Hey, die haben einen Menschen-Kiff-Degang! Oh, was du nicht glauben?! Oh je. Oh warte ich will auch mal gucken! Bist du da reingehobst? Hilfe! Hilfe! Ach, ach, ach. Ähm, ich komme hier. Ähm, ich bin da hochgeklettert und... Ah, okay. Ich dachte, hier hätten wir zu Kevin gefangen. Ja, ich dachte auch. Wie hast du das geschafft? Weiß ich nicht. Ich mag da auch rein. Ich bin halt da reingeklettert einfach und dann war ich drin. Ja, aber wie bist du da gemein hochgekommen, Ma? Nee, ich... Jetzt habe ich hier einen Fehler, dass ich nicht klettern kann. Der auch sein sollte. Hm. Na ja. Okay. Machen wir noch beide aus den Posten? Uh. Bitte? Beide aus den Posten noch machen. Bam. Wie gemein. Ich habe die angeballert und die haben nur euch angeballert. Ja. Wir benötigen. Geschütz kommt. Wir benötigen ein Geschütz für die Demokratie. Wir benötigen ein Geschütz. Boah, ist das Demokratie. Geschütz unterwegs. Ah, dann toll. Zum Glück. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Er hat einen Knopf gemacht. Ja. Ist da noch einer? Ja. Dort hat er ein Panzer. Oh no. Boah, ich bin gerade ganz froh Ja, ich glaube Wir brauchen mehr Demokratieverteiler, schreib Knaller Ich weiß ja nicht Also wir, also ja Wir haben hier ein gutes Bataillon an Demokratieverteiler Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, dass auch die Demokratieverteiler so gleich schnell drauf gehen, gefühlt Ich glaube, das sind eigentlich kaum noch so viele Demokratieverteiler dazu, wie sie gehen Auf unnatürliche Art und Weise Wieso ist hier ein Adler, wieso ist hier ein Adler, wieso ist hier ein Adler Wer hat das gemacht hier von euch, hallo Ich glaube, den ich Alter, ich bin da gerade reingelaufen Ich hab mal auf das rote Ding Aber bist du dann nicht, ne? Na, weil ich umgekehrt bin und geschrien habe, dass wir alle safe sind Ja, siehst du Ich hab deine Ausbildung nicht rausgezahlt Mal, mal mehr auf der Hände um 4 gebracht Shut up Rot ist schlecht, blau ist gut Okay Verstehe Den kann man auch den Rucksack kaputt machen in den Rosen Was such ich? Muss nachladen Oh, ich hab ja keine Muni mehr Oder so, ja Seit ich die Muni nicht mehr hole, hab ich nie Muni Ako mach mal Muni Sonst hole ich die Muni immer Okay Warum ist die Muni eigentlich besser, die du holst? Ich hab ein Chips Upgrade Das bedeutet? Aber ihr könnt ihr auch ruhig einfach holen Also ihr Wenn ihr bei mir die holt, dann ähm Eure Unterstützungswaffen sind dann komplett aufgeladen Hm, okay Ihr habt immer komplett volle Munitionen Okay Aber ihr könnt ihr auch einfach eigentlich holen Vielleicht wenn wir irgendwie an so nem Extraction sind oder so Dann mach ich die Muni Ist das schon Leber für Jumi oder? Ne, dann ist die ähm Mikrowelle Ah Mikrowelle? Ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass wir hier beinahe sind Machst du ne Mikrowelle? Achso, ne Mikrowelle Achso, ne Mikrowelle Wieder aufgerechtet Kann man äh Schiff upgraden und ist die dann nicht normalerweise? Ne bitte was? Ach, das Schiff upgraden Ja, weiß ich nicht genau Also so gut kennen wir noch nicht aus Ich weiß nur, dass wir um Schiffs Upgrade zu bekommen Diese Proben brauchen Und ich hab schon meine Türme, glaub ich, stärker gemacht Füll dich mir ein Oh, da ist ein Adler Äh, wir müssen echt aufpassen hinter uns zu schnellen Bombe Äh, wie weit ist die weg? Die ist so weit Wo denn? Hier Seid ihr, was wir da gemacht haben? Äh, das sieht aus wie ein äh Große Mikrowelle Ach du Scheiße Danke für die Kooperation So, die soll auch mal was machen Sie schauen nicht weit genug weg, für das sie, wenn es der kribiert uns, der tötet uns Ja, wir lassen die einfach so, wie es ist Ja, hofft man, dass sie nicht dagegen sind Ich hab hier aber noch eine Probe, oder? Ja Ah, ist schon weg Ich hab hier eigentlich gesammelt Nice Okay, aber wir müssen hier nicht mehr sein, oder? Oder? Huh Kann das Ding mal schießen Ich hab ein bisschen Angst Was ist der Zweck unserer Mikrowelle eigentlich? Eigentlich sollten das Ding wieder abschießen Ah Aber das war ein anderes Geschiss Das war jetzt unser normaler Kilo Na gut, also wenn jetzt Potdrops kommen, dann schießen wir ihn drauf Okay Das mach ich ja auch Schön groß Au Ich versteck mich dahinter Ich mach da auch mit dem Hunderter rein Okay Okay Wir können Ich mache Ich schicke einen anderen rein Wir benötigen ein Geschiss Aber jetzt hätten wir noch auf das Ding schießen können Tim mach mal kurz eine Entschärfung in die Richtung Weil da kommt doch der Gegner her, oder? Oder wo ist sie? Alter Ja Dankeschön Alter, ich seh hier nur alles Oh mein Gott Alter Ich hab so ne Vermutung Ich hab... Oh, oh Alles ruckelt Ah Oh mein Gott Irgendwann ist gestorben Ich bin tot Äh, weil irgendwas hat die eliminiert Hey, wait, what ist hier gar nicht am Start? Hey, das glaub Irgendwas hat die Wir haben dann geschützt, oder so Aber das ist auch ganz dahinten Ja Nein, nein, das hier hat einen abgeschossen Unfälle passieren Unfälle passieren Das stimmt Kollateralschädchen Übrigens die, also die Schiffe hat grad, äh, eine Raketenabrecke gemacht Ah, nice Haben die Roboter auch einen Selbstzerstörungsmodus eigentlich? Äh, auch nicht Also es gibt keine, äh, Märtyrer unter den Roboteran Es gibt halt die mit den Raketen-Sägen-Armen, ne? Die werden auf die Schiffe oder sonst Ja, aber die haben ja keinen Selbstzerstörungsmodus Also die, die so nach rankommen bei Borderlands und so wie, 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 und dann puff Hab ich bisher noch keine gesehen So wie die Selbstmod-Psychos Da gibt den Entwicklern keine Ideen Doch Ich schreck den Glaub mal Die können dann die Wade-Wod- Die Wade-Wodobots sind das dann Aha Der Wade-Wodobots Der Wade-Wodobots Der Wade-Wodobots Und dann explodieren die Weiche Ja Hear the sound Oh ja 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 Wait, wait, did you hear the sound Boop Oh mein Gott, ja Richtig geil Can you hear me? Can you hear me dancing? Beide werd das einer gestern noch machen, oder? Ja, ich bin da Wait, what can you feel the air, electrical life who dare Ich will irgendwie zappeln Wait, what Es ist das Ignite, du weißt ihn von mir erschützt. Into the night. Wir benötigen ein Geschicht! Oh, ich bin hier. Achtung, hier ist jetzt ein Geschicht. Irgendwo. Wohin der Richtung geht jetzt? Ich hab hier rum, oder? Habt ihr meine Proben mitgenommen? Ich hab irgendeine Proben mitgenommen, ja. Wo müssen wir hin? Oh, was kam der da noch angeflogen? Hey. Ey, ich kann, ich kann die Pokébälle nicht mehr normal werfen. Das geht nicht mehr. Ich kann das nur noch mit Hechten machen. Es ist nicht mehr möglich. Du hast so viel kaputt gemacht damit. Kaputt. Ja, weil in meinem echten Leben, weißt du, wie ich mir jetzt immer alles anhaue? Erst gestern habe ich einen Apfel geworfen, ne? Erst gestern habe ich einen Apfel geworfen und ich hecht jetzt über den Boden. Jetzt sind alle meine Knie blau, alle fünf. Ja, okay. Werft mal weniger Äpfel, würd ich sagen. Ja. Aber egal, was ich jetzt wärme. Ja, bitte Luftunterstützung! Wirf eine Granate! Ah! Ich geh da mal hin. Oh, okay. Oh, da kam das. Bitte was? Ich seh nix mehr. Ich seh nix, das ist zu explosionig. Die haben ihn überlebt. Oh nein, Flair! Ja, ich habe in zwei Sekunden einen Schildgenerator. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Okay, ich glaube ich habe den Außenposten. Ja, habe ich. Also wir können die Explektion rufen. Für einen Grund von der Demokratie! Eine liebe Trost von der Demokratie! Panzer! Panzer ist gleich durch. Okay. Nenere Panzer, ne? Der dritte Geschütz! Da kommt noch ein oblicher Einschlag hin. Er ist da bei Anzeigstreck. Wir benötigen ein Geschütz! Ich hole das Ding. Hier mal schön seitlich hier vor meinem... Ja, bitte los, los, los! Muss man mit dem Wuffy raus und weg, gute Nacht! Na, Dankeschön fürs Zugucken! Machen wir jetzt nach oben. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Und schlaf schön, okay? Hi, was ist das? Sehr schön. Und oh mein Gott, ich habe mich nicht geschafft, die Musik zu hören, die du geschickt hast. Oh, I'm sorry! Komm mit! Komm her! Komm her! Komm zu uns! Du laufst in die falsche Richtung. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Da. Ich lauf gerade ganz vorsichtig wegen, äh, der Schieße-Wupsis. Wir wissen schon. Ah. Okay, ich bin da. Kein Problem. Ich kann auch immer im Grunde Versteigerung rufen. Echt? Aber... Was passiert, wenn du dann einbruchst? Wo kommen sie? Ich bin ganz chillig hier gerade, ne? Ja. Wo kommen sie? Okay. Was ist das? Ankomstanz 10 Minus. 1 Minute. Das ist das. Nice. Dann gerne mal irgendwas kommt. Wir haben alle nichts zu tun hier. Du musst ein Stück zurück, Schatze. Ja. Mini-Stück. Schat mal, jetzt ist alles hier so lila geworden. Krass. Ich hab jetzt die Luftunterstützung. Wenn wir im Schild sind, wird's gelblich. Ach so, ah. Ich könnte noch was sagen. Aber die Atmosphäre war ja mal blutrot hier. Guck mal, jetzt wird's aber... Ja. Ja. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Ja bitte geschützt. Schön, dass doch gar nichts mehr nachwachsen kann. Wieso wird... ...der Pelikan eigentlich nicht abgeschossen? Weil das ein guter Knott ist. Das ist ja 100 pro eine Drohne. 100 pro. Das ist ja 200 Drohnen. Das ist ja 200 Drohnen. Warum sollten die Geld für Drohnen, äh, ausgeben, wenn die doch... Ja, ja. Stimmt, wenn die ja uns Hauptfeldwebel haben. ... die Fläcke sind verteidigt. Bam. Boom. 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 Oh, jetzt hätte ich gerne einen Screenshot gemacht. Bei mir wäre gerade Tim auf Level... ...53. Und Marco war Level 19. Schild hat mir das alles. Echt? Ja. War ich halt der Proker, ne? Aber dieses Rejoin war nicht so gut. Alles kaputt gemacht. Danke sehr. Was ist hier unten abgeschlossen? 16 Proben, 12 andere Proben. Wir sind Level 20. Oh mein Gott. Wir sind jetzt High Level, Leute. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gekriegt. Oh, ich hab einen Penta gemacht. Da steht Penta. Oh, was? Ich gucke bei mir, ich stehe mal auf Ende. Ah, Glückwunsch. Wow, nice. Oh, Penta. Penta-kill. Tak-kill. Welcome to Salmoners Rim. Ja, alle Menschenflut an uns. Nice. Statistik. Oh. Alter. Das war meine erfolgreiche Runde für mich. Ähm, für mehr... 420 in der Medi-Ruhen. Alter. Tja. 420. Alter Falter. Das ist halt mal... Wie macht er das? Keine Ahnung, Tim. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Crazy. Ein Unfall, 790 Schaden. Ah, okay. Ein weiterer Sieg für die Demokratie... Ist ja noch in Ordnung. Ist ja im Rahmen. Ist ja im Rahmen. Wir sind getötet, Kevin. Ich hab niemanden getötet. Den Friendly Fire hat sich Besonderes. Den hatte ich nicht. War ich das? Kevin hat uns nur geschützt. Hä? Also bei mir steht bei dir 1095. Bei mir stand 0. Echt? Bei Wiebke steht bei mir 790. Ist wohl doch nicht so ganz genau, die ganze Anzeige. Ja. Ja, hab ich auch das Gefühl. Aber wenn bei jemand anderem trotzdem für die Feuer steht, dann muss man den... so annehmen. Ja. Dann ist das wohl so. Mhm. Hm. Hm. Hast du bestimmt nur gut gemeint. Bestimmt, ja. Ach, jetzt sind wir alles freigestalten, gell? Ah ne, fast alles. Ich hab... jetzt noch eine Waffe. Mir fehlt noch, äh... Uh, Schiffsmodul. Hm, ich kann, glaub keins. Mal kurz aufm Klo. Viel Spaß. Aber davor muss ich noch kurz mehr... Äh... Wohl. Bis gleich. Bis gleich, viel Spaß. Oh, verringert die Abklingzeit der Adler-Taktik-Ausrüstung mal 50 Prozent. Das ist krass. Bitte was? Das nehm ich mit. Ja... Ja. Ich überleg grad, welche Abklingzeit das ist. Also... Ja, das andere... Das nächste ist dann... ...dann hinterher rufen kannst du. ...20 Prozent zum Auffüllen. Ja, okay. Also auffüllen und Abklingzeit. Du kannst halb so schnell die hintereinander werfen. Also direkt hintereinander. Ja. Flutet die Cockpits mit flüssigen Perfluorcarbonen, die geatmet werden können und G-Kräfte absorbieren, so was die Piloten engere Kurven fliegen können, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Schön. Gibt doch irgendwo was, wo extra Beinfreiheit eingeschränkt wird, damit mehr Waffen reinpassen. Sie müssen leider ihre Eier abnehmen, da kommen wir jetzt Waffen hin. Sie haben noch Eier, das ist nur verschwendeter Platz für Granaten. Erweitertes Waffenlager. Nutzt überflüssige Beinfreiheit im Cockpit, um den Adler mit mehr Ladungen auszustatten. Und dann kannst du als Bloßpunkt noch extra hochsingen. Und das nächste Waffenlager, XXL-Waffenlager, erweitert das Waffenlager des Adlers noch mehr, in dem unnötige Systeme wie Feuerlöcher, Schleudersitze und Airbags entfernt werden. Halt wirklich unnötig. Ja, ist es wirklich unnötig. Wir können ja einen neuen bauen. Welches Flugzeug hat bitte Airbags? Tja. Deswegen war es unnötig. Ja. Viele? Verstehe ich nicht. Einfach weg damit. Ganz genau. Braucht man nicht. No need. Bin ich wieder. Bibi. Hola. So liebe ich in den Waffenlager. Okay. Vielen Dank.